Für die Apache 360-Raupen von Canem hat der Schweizer Canem-Importeur Peter Friedli einen Spritzschutz entwickelt. Geeignet ist der Spritzschutz für die Outlander G2-Modelle sowie für die aktuellen Commander- und Maverick-Baureihen. Ebenso wie die Apache-Raupen lässt sich auch der Spritzschutz das ganze Jahr über verwenden. Im Winter minimiert er den Schneestaub, im Sommer Schlammspritzer. Die Kosten für den FFW Spritzschutz-Kit von Friedli belaufen sich inklusive Montage auf 2276 Fränkli und 30 Rappen. Untertitelung des ZDF, 2020